Ja, einen schönen späten Nachmittag hier im Klimakulturpavillon. Mein Name ist Fritz Hofer, bin vom Klimabündnis Steiermark und werde Ihnen euch heute etwas vom Klimabündnis erzählen und darf ich einmal für die Einladung sehr herzlich bedanken. Der Klimawandel, die Klimakrise ist im Moment ja in aller Munde. Der nächste IPCC-Bericht ist gerade herausgekommen und hat uns wieder gezeigt, wie dringlich die Klimakrise ist und wie stark fortgeschritten der Klimawandel bereits ist. Ich habe einige Folien dazu auch noch mitgebracht. Diese Folie zeigt zum Beispiel, dass 2019 global gesehen das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1880 war. Und es sind zwar jetzt nicht viele Leute hier, aber ich hätte sonst für die, die noch Interesse haben vorbeizuschauen, auch ein paar gewisse Fragen mitgebracht. Die erste wäre, welches Jahr war global gesehen das wärmste seit 1880? War das 1998, 2016 oder 2020? Also bitte mitraten. 2016, da hat wer besonders gut aufgepasst irgendwo oder mitgelesen. Es stimmt, aber es war gleich wahr mit 2020. Also es gibt zwei Jahre, die die wärmsten waren. An dieser Grafik sieht man das noch, dass überhaupt 19 der 20 wärmsten Jahre seit der Jahrtausendwende nach 2000 war. Nur 1998 war auch unter den 20 wärmsten Jahren. Also wir sehen, die Erderwärmung schreitet voran. Und jetzt schauen wir, wie wirkt sich die Erderwärmung in Österreich auf? Glauben Sie, ist der Temperaturanstieg in Österreich geringer, gleich oder höher als im globalen Durchschnitt? Höher. Höher, richtig. Wer weiß warum, würde ich jetzt in einer Schulklasse fragen. Aber das hat mit dem Alpenraum zu tun. Näher gehe ich jetzt nicht darauf ein, aber in Österreich ist der Temperaturanstieg circa doppelt so hoch als im globalen Mittel, also circa 2 Grad. Und global ist er 1 Grad in etwa. Was man auch an dieser Grafik sehen kann. Genau, diese Temperaturanweichung in Österreich im Jahr 2020 ist natürlich auch unterschiedlich in den verschiedenen Regionen, aber dort war die Temperaturanweichung 2,1 Grad. Wie wirkt sich der Klimawandel in Österreich aus, ist mittlerweile auch hinlänglich bekannt. Natürlich steigt die Durchschnittstemperatur, es nehmen Extremwetterereignisse zu, Hitzetage nehmen zu und der Klimawandel hat natürlich auch Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft zum Beispiel durch mehr Schädlinge. Spätfrostereignisse häufen sich seit einigen Jahren und die Gletscher gehen zurück, wie man auch an diesen Bildern sehen kann. Der größte Gletscher in Österreich ist massiv zurückgegangen in den letzten Jahren und es ist nur mehr sehr wenig übrig geblieben von der Pasterze. Hier sieht man auch ganz gut einen Vergleich, welches Eisvolumen hier auch verloren gegangen ist. Im Größenvergleich der Stephansdor mit 136 Meter Höhe und das ist wesentlich höher. Ein paar aktuelle Fotos von Unwetterereignissen der letzten Wochen, Überschwemmungen, Hagel. In ganz Österreich die Fotos sind aus der Steiermark. Weltweit natürlich haben wir gerade mit Waldbränden zu kämpfen, nicht nur in Europa, auch in Asien, in Sibirien, in Kalifornien wüten schlimme Waldbrände und das Arktiseis schmilzt auch mit großer Geschwindigkeit. Und wir müssen dringend Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, damit wir die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen können oder unter 1,5 Grad begrenzen. Darauf hat man sich 2015 bei der Klimaschutzkonferenz in Paris ja geeinigt. Und je schneller wir handeln, desto weniger drastisch müssen wir dann die Treibhausgasemissionen auch reduzieren. Und uns beim Klimabündnis ist es auch wichtig, die globalen Zusammenhänge darzustellen und auch die ungleiche Verteilung der Emissionen weltweit. Und dazu komme ich zur nächsten Quizfrage. Was glauben Sie, wie viele Menschen haben weltweit keinen Zugang zu elektrischer Energie? Sind das 120 Millionen, 900 Millionen oder 1,2 Milliarden Menschen? Vielleicht die junge Dame mal da im Vordergrund. 900 Millionen wird getippt. Es sind sogar 1,2 Milliarden Menschen, also rund ein Sechstel, Siebtel der weltweiten Bevölkerung hat keinen Zugang zu elektrischer Energie, sprich zu Strom. Daran sieht man schon, wie ungleich auch der Energieverbrauch und im Zusammenhang die Treibhausgasemissionen verteilt und emittiert werden auf unserer Erde. Das zeigt auch noch dieses Bild, die Erde bei Nacht, wo man sehr gut sehen kann, dass die Industriestaaten Europa, Nordamerika, Japan, Teile von Asien heller leuchtet sind, wo hingegen zum Beispiel große Teile von Südamerika oder Afrika sehr dunkel sind. Also diese Länder verbrauchen sehr wenig Energie, tragen wenig zum Klimawandel bei und haben aber sehr stark unter den Klimawandels zu leiden. Wir vom Klimabündnis versuchen Gemeinden zu unterstützen im Bereich Klimaschutz und beraten sie, welche Maßnahmen sie umsetzen können. Und Gemeinden können einerseits Klimaschutzmaßnahmen ergreifen. In den letzten Jahren sind aber auch Klimawandelanpassungsmaßnahmen immer wichtiger geworden. Also bei diesen beiden Säulen beraten wir Gemeinden. Es gibt neben dem Klimabündnis noch andere kommunale Klimaschutzprogramme in Österreich, wie zum Beispiel die energieeffizienten Gemeinden, die E5-Gemeinden, die Klima- und Energiemodellregionen. Dann gibt es noch mittlerweile auch die Klimawandelanpassungsmodellregionen. Jetzt kommen wir ein bisschen näher zum Klimabündnis, von der Organisation, bei der ich arbeite. Das Klimabündnis gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Und das Ziel des Klimabündnisses ist es, den Klimawandel als globales Problem zu sehen. Und wir sind eine globale Partnerschaft zwischen den europäischen Städten und Gemeinden und den indigenen Völkern im Amazonasregenwald, die versuchen den Regenwald dort zu halten. Das ist mittlerweile auch hinlänglich bekannt, dass der Schutz der Regenwälder ein wesentlicher Bestandteil des Klimaschutzes ist. Und dass es dramatische Folgen hätte, wenn noch mehr Regenwald abgeholzt werden würde, was aber leider weiterhin passiert. Und in den letzten Monaten, das ist ein Bericht vom Februar 2021, Es gibt auch Studien, die jetzt belegen, dass es auch extrem wichtig ist, den Regenwald zu erhalten, um zukünftig weitere Pandemien wie die Covid-19-Pandemie zu verhindern, weil eben der Regenwald eine unglaubliche Artenvielfalt in sich trägt. Und wenn man die zerstört, ist es wahrscheinlicher, dass Viren von den Tieren dann auf den Menschen noch überspringen. Hier einige Bilder von der Baden-Region, die die Klimabündnisgemeinden auch finanziell unterstützen. Also das ist ein weitgehend unberührter Regenwald und die indigenen Völker dort leben seit vielen tausenden von Jahren im Einklang mit der Natur und mit dem Wald. Die Hauptverbindungswege dort sind die Flüsse, also es gibt dort keine Straßen. Die Menschen schlafen in Hängematten. Und wir vom Klimabündnis organisieren auch regelmäßige Erfahrungsaustausch, Austauschtreffen, Reisen zwischen den Vertretern dieser indigenen Völker und Vertretern der österreichischen Bündnisgemeinde, wo es darum geht, dass man voneinander lernt, weil es ist nicht so, dass nur sie von uns was lernen können, sondern vor allem wir auch viel von diesen Menschen dort lernen können, weil sie eben wissen, wie man im Einklang mit der Natur lebt, ohne sie zu zerstören. Ja, eine Quizfrage zu den indigenen Völkern im Amazonasgebiet. Was glauben Sie, ist die wichtige Nahrungsquelle der indigenen Völker am Rio Negro? Ist es Maniok, Fisch oder Hühnerfleisch? Vielleicht einmal wieder der junge Herr in der Mitte. Richtig, sehr gut. Maniok, genau. Das ist eine Wurzel, man kann es vielleicht vergleichen mit, ähnlich aus wie diese Topinambur-Wurzel vielleicht, aber ähnlich wie eine Süßkartoffel, ist aber eigentlich giftig und man muss sie speziell zubereiten, damit sie dann wirklich genießbar ist, aber die indigenen Völker in dieser Region essen sie zum Frühstück, zum Mittag und abends in unterschiedlichen Varianten. Man muss sich daran gewöhnen. Ich war selbst 2013 dort und ist etwas gewöhnungsbedürftig, weil es wenig Geschmack hat, man muss ordentlich würzen, aber man gewöhnt sich daran. Einige wenige zahlen zu unserem Klimabündnisnetzwerk. Österreichweit sind über 1000 Gemeinden mittlerweile Teil unseres Klimabündnisnetzwerkes und auch Betriebe und Bildungseinrichtungen. Man können sich dem Klimabündnis anschließen und sich zu Klimaschutzmaßnahmen bekennen. Ja, was bieten wir jetzt den Klimabündnisgemeinden? Also wir versuchen sie zu beraten, Bewusstseinsbildung zu betreiben und haben wir unterschiedliche Vorträge, Filmabende im Angebot, auch Ausstellungen zum Thema Klima, Klimakrise, Klimawandel. Wir bieten Lehrgänge, Weiterbildungen für Gemeindevertrete, wie zum Beispiel den Lehrgang Kommunaler Klimaschutzbeauftragter, wo wir erst im Juli mehr als 20 steirische Gemeindevertreterinnen zu kommunalen Klimaschutzbeauftragten ausgebildet haben. Wir führen auch Kampagnen durch, wie zum Beispiel die Europäische Mobilitätswoche, wo es darum geht, Gemeinden zu beraten und zu motivieren, auf umweltfreundliche Mobilitätsalternativen zu setzen, zum Beispiel auch vor Schulen Maßnahmen zu unternehmen. Das ist auch ein Problem, das uns sehr häufig begegnet, der Eltern-, Hol- und Bringverkehr vor den Schulen absoluten. Vor manchen Schulen gibt es ein richtiges Verkehrschaos und hier versuchen wir Lösungen gemeinsam mit den Gemeinden zu erarbeiten, um auch das umweltfreundlich in die Schule zu kommen, sicherer zu machen für die Kinder zum Beispiel. Hier sieht man auch einen Direktor einer Schule, der das Gehzeug aufzeigt, wie viel Platzverbrauch ein Auto verursacht im Vergleich zu einem Schulbus. Das sogenannte Gehzeug ist es, das ist der recht bekannte Mobilitätsforscher, der Helmut Knoflacher, was der Helmut oder Hermann Knoflacher erfunden hat. Oder zum Beispiel gibt es die Aktion, dass wir versuchen, gemeinsam mit den Schulkindern Asphaltflächen, Straßenflächen in dieser Woche zu sperren. Diese Woche ist im September und einmal zu bemalen und so aufzuzeigen, wie schön öffentliche Plätze, Straßen auch sein können, wenn sie mal nicht nur für Autos zur Verfügung stehen. Genau, ein Projekt haben wir vor einigen Jahren entwickelt, wo wir auch aufzeigen wollen, dass Klimaschutz nicht immer eine Hürde und eine Bürde und eine Last sein muss, sondern dass Klimaschutz auch Spaß machen kann. Und zwar haben wir das in der Stadtgemeinde Hartberg durchgeführt, das Energiesparprojekt Don Camillo und Bebwohne, wo der Bürgermeister gegen den Pfarrer in einen Energiesparwettbewerb getreten ist. Und beide haben in ihren Gebäuden, der Bürgermeister im Rathaus mit seinen Mitarbeitern und der Pfarrer in der Kirche und in den Pfarrräumlichkeiten versucht, möglichst viel Energie in Form von Heizwärme und Strom einzusparen. Das war im Jahr 2019 und es war schön zu sehen, wie alle mit Begeisterung mitgemacht haben und beide Streitparteien, sage ich jetzt einmal, haben Erfolge erzielt und es ist in beiden Gebäuden gelungen, Energie einzusparen, mehrere tausend Kilowattstunden. Ja, also ein sehr nettes Projekt, das man durchaus auch in anderen Gemeinden und in anderer Form umsetzen könnte. Und so ohne Verzicht wirklich Energie einsparen kann. Die Vernetzung unter den Klimabündnisgemeinden ist uns auch wichtig. Deswegen gibt es auch jährliche Vernetzungstreffen und Erfahrungsaustausstreffen. Wir versuchen, unterschiedliche Themenbereiche anzugehen, wie zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist die Raumplanung und ein Untergebiet der Raumplanung ist die Energieraumplanung, wo es darum geht, dass man möglichst energiesparend Flächen widmet und verbaut. Was nicht nur fürs Klima gut ist, sondern was auch den Gemeinden hilft, Kosten zu sparen, zum Beispiel für geringere Kanalbauten, geringere Straßen, Schneeräumungskosten, weil auch die Wege kürzer sind. Wir bieten auch unterschiedlichste Klima-Tipps an, die Gemeinden dann in ihre Gemeindezeitungen geben können. Hier zum Beispiel das Beispiel Energiesparen in der Küche. Wissen viele, vielleicht manche, vielleicht auch nicht, die zum Beispiel die Topfgröße an die Kochplatte anpassen, mit einem Deckel am Topf kochen, das Wasser mit einem Wasserkocher erhitzen, für den Tee oder fürs Nudelkochen beispielsweise. Man braucht den Backofen zum Beispiel nicht vorheizen, Restwärme nutzen. Ja, ein Beispiel, wie man Energie im Haushalt sparen kann zum Beispiel. Und natürlich auch beim Kauf von neuen Elektrogeräten auf die Energieeffizienzklasse zu achten. Hilft nicht nur dem Klima, sondern auch dem Geldbörseln. Oder zum Beispiel ein Klima-Tipp zum Thema klimafreundlich reisen. Dann haben wir kürzlich ein Projekt gestartet, gemeinsam mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, wo wir alle Steirerinnen und Steirer aufrufen, Fotos und Berichte von außergewöhnlichen Wetterereignissen auf unserer Plattform www.wetterzeugen.at hochzuladen, um auch so ein Archiv von Wetterereignissen anzulegen. Und da darf ich Sie alle hier bitten, auch mitzuwirken und vielleicht auf Fotosuche zu gehen bei Ihren Eltern, Großeltern und uns helfen, dieses Fotoarchiv weiterzufüllen. Ganz wichtig beim Klimabündnis ist auch die Schulen und Kindergärten, also mit Bildungseinrichtungen. Und da haben wir im letzten Jahr aufgrund der Corona-Krise viele Angebote auch auf ein Online-Angebot erweitert, zum Beispiel ein Online-Klima-Quiz, YouTube-Videos mit Experimentieranleitungen für kleinere Experimente zum Thema Klimaschutz. Und wir sind auch mit unterschiedlichen Projekten und Kampagnen in den Schulen unterwegs. Ein nettes Projekt ist beispielsweise die sogenannte Klimameilen-Kampagne, wo die Schülerinnen und Schüler für jeden umweltfreundlich zurückgelegten Schulweg einen grünen Sticker in ein Sammeleil-Album kleben dürfen. Und das ist natürlich eine tolle Motivation für die Kinder, entweder zu Fuß mit einem Roller, mit einem Fahrrad in einer Fahrgemeinschaft oder mit dem Bus in die Schule zu kommen. Genau, dann gibt es eben unterschiedliche Ausstellungen und Workshops zu den Themen Klima, Energie, Mobilität. Und einmal im Jahr bauen wir mit einer Schule eine funktionierende thermische Solaranlage. Dieses Projekt richtet sich an die Zielgruppe 13-, 14-jährige Schülerinnen, die dann auch vielleicht Gusto bekommen, in dem Bereich, also ihren Berufsweg in diese Richtung zu legen. Dann haben wir auch ein tolles Projekt in den Schulen, das ähnlich ist wie dieses Don, Camille und Pepone-Projekt, wo es auch um das Thema Energiesparen in öffentlichen Gebäuden geht, und zwar in Schulgebäuden. Und hier versucht man gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Pädagoginnen in den Schulen, mit dem Reinigungspersonal, mit den Schulwarten, Energiesparpotenziale in den Schulen zu erheben. Unter anderem gehen da die Schülerinnen und Schüler mit einem Temperaturmessgerät durch die Klassenräume, durch die Tourensäle, durch die Gänge und messen die Temperatur, tragen sie in einen Plan ein, und dann schaut man, wo es vielleicht möglich wäre, auch die Temperatur zu senken. Wir wissen, ein Grad Temperatursenkung in Gebäuden spart uns sechs Prozent Heizenergie, und mit diesem Projekt ist es uns in vielen Schulen in der Steiermark schon gelungen, wirklich viel Energie und auch Geld einzusparen. Noch ein Projekt zum Thema Mobilität an Schulen. Wir beraten Schulen im Rahmen eines Mobilitätsmanagements für Kinder, Eltern und Schulen. Und da gibt es zum Beispiel eine nette Aktionsidee, dass man einen Pedibus einführt an Schulen. Pedibus, also der Schulbus auf Füßen sozusagen, wo man gemeinsam mit Eltern, die sich dort bereit erklären, da mitzumachen, gemeinsam mit den Schulkindern in die Schule geht, anstatt mit dem Auto zu fahren. Die Kinder genießen das jedenfalls sehr. Und auch in Kindergärten sind wir steiermarkweit unterwegs, im Auftrag des Landes Steiermarks. Und auch den Kindergartenkindern taugt das Thema Klimaschutz sehr, und sie sind wichtige Botschafter auch für das Thema ins Elternhaus. Ja, wir bieten den Klimabündnisgemeinden auch die Möglichkeit, einen Online-Klimacheck durchzuführen, als Einstieg, wo sie sich einmal dann ganz gut einschätzen können. Und in weiterer Folge bekommen sie auch einen langen Maßnahmenkatalog an Ideen, die sie umsetzen können in der Gemeinde. Wer es ganz genau wissen will, für die Gemeinden bieten wir auch einen Online-CO2-Rechner an, wo man die Treibhausgasemissionen einer Gemeinde ganz genau erheben kann und entsprechende Maßnahmen auf Basis dieser Kalkulation berechnen kann. Ja, soviel zu den Klimabündnisgemeinden. Jetzt ist mir noch wichtig, ein paar Worte dazu zu verlieren, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. Denn tatsächlich kann jeder Einzelne was beitragen, auch wenn natürlich die Politik in vielen Themen gefragt ist, Vorgaben zu machen. Unabhängig davon kann wirklich jeder Einzelne was zu machen. Diese Grafik zeigt noch, wo wir großen Auffallbedarf haben in Österreich. Das ist vor allem der Verkehr. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Gebäudesektor, haben wir schon sehr, sind wir zum Teil schon auf einem guten Weg, geht natürlich immer mehr. Aber gerade der Verkehr ist wirklich das Problemfeld in Österreich, wo die Emissionen massiv weiter steigen, statt dass sie ins Sinken kommen. Und da versucht man mit unterschiedlichen Kampagnen Lust zu machen. Auf umweltfreundliche Mobilität zum Beispiel gibt es da den Slogan, tausche drei Kilo Hüftspeck gegen drei Jahre länger leben, wenn man mit dem Radl fährt. Graz ist ja das beste Beispiel dafür, dass man mit dem Radl auch am schnellsten ist. Und ich glaube, da fehlt es einem leichter, aber auch am Land gibt es, in ländlichen Gemeinden, gibt es durchaus die Möglichkeit, die eine oder andere kurze Autofahrt mit dem Rad zu ersetzen. Oder zum Beispiel tausche Stop and Go gegen Lesefluss. Man kann die Zeit im öffentlichen Verkehr sinnvoll nutzen, um die Zeitung zu lesen, um sich auf einen Termin vorzubereiten, wenn man zum Beispiel mit dem Zug von Graz nach Wien fährt. Also es gibt ja viele positive Nebeneffekte, wenn man Klimaschutz betreibt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, seinen eigenen CO2-Fußabdruck mit einem Fußabdruckrechner zu berechnen, damit man mal selbst sieht, wo habe ich selbst noch Nachholbedarf, auch wenn ich vielleicht schon in manchen Bereichen gut bin. Und ein Bereich ist zum Beispiel auch die Ernährung. Und dazu gibt es jetzt noch eine Quizfrage. Was glauben Sie, wie viele Tiere wir im Laufe unseres Lebens essen? Es sind nicht dazu gezählt werden hier die Spinnen, die wir unabsichtlich in der Nacht essen oder die Mücken, die wir verschlucken. Aber es sind wirklich die Nutztiere gemeint, die auf unseren Tellern landen. Sind es 19 Tiere, 194 oder 1094? Tiere, die wir im Laufe unseres durchschnittlichen Lebens essen. 1094 ist der Tipp, wieder richtig. Also das sind wirklich viele Menschen, viele Tiere, Gott sei Dank keine Menschen, die wir essen. Und die Grafik zeigt ganz schön, es sind unterschiedliche Tiere, die wir essen, Rinder, Schweine, Enten, Booten, Hühner. Hauptsächlich sind sie im Hühnern. 945 von diesen 1094 Tieren sind Hühner, die auf unseren Tellern landen. Genau, ich komme dann später noch dazu, warum es einen Zusammenhang mit dem Klima gibt beziehungsweise erklärt sich das vielleicht auch mit den nächsten Fragen. Ich habe noch eine gewisse Frage eingebaut. Wie viel Säure importiert Österreich jährlich? Sind es 60.000 Tonnen, 600.000 Tonnen oder 6 Millionen Tonnen? Was glauben Sie? A, B oder C? B. Wieder richtig. 600.000 Tonnen, also eine wirklich große Menge an Säure, die hauptsächlich aus Südamerika importiert wird für die Verwendung als Futtermittel in der Tiermast. Dabei handelt es sich auch hauptsächlich um genmanipulierte Säure und dafür müssen sehr häufig Regenwälder abgeholzt werden. Da ist auch der direkte Zusammenhang schon zum Klimawandel zu erkennen. Wenn man viel Fleisch essen, vor allem wenn man konventionell hergestelltes Fleisch essen aus der Massen hier Tierhaltung steckt, oft Regenwaldabholzung dahinter. Daher kann man mit weniger Fleisch essen, mehr Beilagen oder so wie es im Frühjahr unsere Großeltern gemacht haben, unter der Woche kein Fleisch zu essen und am Wochenende mal einen Sonntagsbraten zu essen, sehr viel auch fürs Klima beitragen. Noch eine Frage im Zusammenhang mit unserer Ernährung. Was glauben Sie, wie viel Prozent unseres durchschnittlichen österreichischen Haushaltsbudgets für die Ernährung ausgegeben werden in Österreich? Sind das 11,8 Prozent, 21,8 Prozent oder 31,8 Prozent? B, 21,8 Prozent wird gedippt. Es sind nur 11,8 Prozent. Und das Interessante ist, es war einmal wesentlich mehr. Also in den 50er Jahren hat man 45 Prozent des Haushaltsbudgets für die Ernährung ausgegeben und es ist sukzessive weniger geworden. 2014, das ist jetzt die aktuellste Zahl, waren es eben nur mehr knapp 12 Prozent. Trotzdem hört man oft, die Lebensmittel werden teurer, das Essen ist zu teuer. Tatsache ist aber auch, dass jeder Österreicher im Schnitt 19 Kilo wegwirft an Lebensmitteln. Das hat in etwa einen Wert von 300 Euro, den jeder Haushalt im Jahr wegwirft. Und da denke ich mir, sollte man vielleicht das eine oder andere einmal auf so Schnäppchen-Angebote verzichten. Nur das Einkaufen, was man wirklich braucht und dafür qualitativ hochwertige Produkte, vor allem Bioprodukte, beim regionalen Bauern einkaufen, beim Bauernmarkt und wirklich genau drauf schauen, wo kommen die Lebensmittel eigentlich her. Oder zum Beispiel das gemeinsame Kochen mit den Kindern. Da gibt es auch noch so eine nette Kampagnenkarte. Tausche Fast Food gegen Zeit mit meinen Kindern. Das Ganze läuft unter dem Slogan Gutes Leben ist einfach. Also man sollte sich generell darüber Gedanken machen, was wollen wir wirklich im Leben, was bedeutet es eigentlich jetzt, ist es schlau, wenn man dreimal die Woche zum McDonald's läuft, weil es halt schnell gehen muss, wenn man die Zeit nicht hat. Oder nutze ich die Zeit zum Beispiel, um einmal selbst etwas Gutes zu kochen. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Konsum. Was glauben Sie, wie oft könnte man mit den 2018 weltweit verkauften Red Bull-Dosen, das Getränk ist ja doch in Österreich sehr weit verbreitet und bekannt, die Erde umrunden, wenn man die Dosen stapeln würde. Ist natürlich jetzt eigentlich eine recht komplizierte, also keine komplizierte Rechenaufgabe, aber man müsste es einmal durchrechnen dann. Insofern ist es jetzt wahrscheinlich eine wirkliche Schätzung von Ihnen im Publikum, könnte man die Erde mit den weltweit verkauften Red Bull-Dosen in einem Jahr 0,23 Mal umrunden, 2,3 Mal oder 23 Mal. Richtig wieder, über 23 Mal mittlerweile, weil die Verkaufszahlen steigen ja jedes Jahr. 23 Mal könnte man unsere Erde mit den verkauften Red Bull-Dosen pro Jahr umrunden. Das sind noch keine Cola-Dosen dabei, keine Sprite-Dosen, keine SPJ-Dosen, wirklich nur rein die Red Bull-Dosen und das ist ja eine enorme Menge und natürlich braucht die, wissen Sie vielleicht eh, aber die Aluminiumherstellung verbraucht auch sehr viel Energie und der Rohstoff für die Aluminiumproduktion kommt in vielen Fällen auch aus Böden unter dem Regenwald, also auch dafür muss Regenwald oft abgeholzt werden. Was ist die Alternative zu den Getränkedosen? Gibt es natürlich viele. Am besten schneidet in der Ökobilanz die Mehrweg-Glasflasche ab. Was mich sehr beeindruckt hat bei dieser Ökobilanz ist, das war mir früher nicht bewusst, dass die Einweg-Glasflasche auch sehr schlecht abschneidet, sogar schlechter als die Dose. Also bitte zu Mehrweg-Glasflaschen greifen und nicht zu Einweg-Glasflaschen, wenn das möglich ist. Oder überhaupt Leitungswasser trinken, dann erspart man sich die Mehrweg-Glasflasche und das Schleppen und die Plastikflasche, also Kistenschleppen gegen Wasserhahn aufdrehen, tauschen. Damit wir nicht einmal hier landen, wie es dieser Kodun zeigt zum Schluss, dass wir nicht irgendwann einmal zum Gipfel des Großglockners schwimmen müssen. Ja, das war es jetzt da zum Klimabündnis und Klimaschutz für jeden Einzelnen von meiner Seite und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.